Danke, dass ihr das alles macht. Danke, dass ihr das alles macht, weil ohne euch wäre es wohl nicht möglich. Hey, liebe Volunteers, wir bedanken euch immer wieder für eure Hilfe. Ohne euch findet sowas einfach nicht statt. Ohne euren Einsatz können wir nicht so geile Gehendes machen, wie wir es jetzt machen. Vielen Dank, dass ihr das für uns macht. Volunteers, wirklich super Arbeit. Ohne euch wird das gar nicht funktionieren und ihr macht wirklich einen tollen Job. Danke sehr. Danke für alles. Ohne euch wären wir nicht hier. Ihr seid praktisch das Wichtigste und ihr gehört genauso zum Team. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr merkt es, dass wir das auch wertschätzen und ohne euch wird das Ganze nicht so laufen, wie es läuft. Ich finde das echt beeindruckend, was ihr da macht. Ihr seid echt die Besten und ohne euch wird das nie funktionieren. Und deswegen Hut ab, dass ihr euch da so reinhautzen und uns so unterstützt als Spieler und das für uns alle möglich macht. Vielen Dank an die Volunteers, dass ihr das alles so auf die Beine stellt. Es macht immens viel Spaß zu spielen. Danke für alles, Volunteers. Liebe Volunteers, vielen, vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Ihr macht das Ganze eigentlich erst möglich und lasst es reibungslos laufen. Vielen Dank. Ich möchte euch auf jeden Fall mal danken. Es ist sicher keine leichte Arbeit, wird auch vielleicht nicht immer gewürdigt. Aber ich glaube, die Robots und ich wissen einfach, wie viele für uns macht. Und dafür sind wir dankbar. Vielen Dank. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Liebe Volunteers, vielen lieben Dank für euren unermüdlichen Einsatz. Dank eurer Hilfe werden die GameDays zu solch genialen Events. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, vielen Dank an die Volunteers. Ihr seid die Besten, ihr seid die Größten und ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit ihr tagtäglich verwendet, um das Ganze so aufzuziehen, wie es jetzt tatsächlich stattfindet. Leute, ihr seid einfach die Besten. Es ist ein Wahnsinn, wie viele Leute bei all den ESSL Events dabei sind und das, was wir hier aufbauen, überhaupt möglich machen. Ohne euch würde das nicht gehen und wir sind extrem dankbar, dass ihr ein Teil dieser Family seid.